Chantal, warum liegst du denn hier rum, Piercing Studio, Wermelskirchen? Hi! Hast du Schiss? Ja. Ja, okay. Es gibt jetzt was? Ein Bauchnabel-Piercing. Bauchnabel-Piercing. Okay, du bist bereit. Wie alt bist du? 14. 14. Und du hast deine Eltern bestimmt lange überredet, bis du durftest, ne? Ja. Armes Kind, hör mal. Ja. Aber wir stechen auch erst ab 14. Genau. Stehen ganz bisschen ständig. Oh, du bist so nah. Ich warte so jetzt. Und dann werden wir uns loslegen. So. So. Händchen. Händchen ist auch am Start. Mach dir echt keine Gedanken. Das geht ganz schnell. Die Zange kann man eben leicht kneifen, hatte ich dir auch schon gesagt. Guck dir die Punkte da oben an. Oder du darfst auch die Augen geschlossen lassen. Mach wie du möchtest. Dann fixieren wir jetzt erstmal die Pünktchen. Du hast ganz viel Unterstützung dabei. Ja, mit Nasen-Piercing war bestimmt schlimmer. Wir haben schon so viel geschafft. Ich hab mir das jetzt auch geschafft. Ach klar wirst du das schaffen. So. Pünktchen sind fixiert. Bauchlässe auch schön locker. Und dann hast du auch ganz schnell dein Bauchnabel-Piercing. Und Bauchnabel-Piercing ist gestochen. Und du hast es geschafft. Geschafft. War schlimm? Nee. Er hat der Schock. Er hat der Schock. Er hat der Schock. Bist du süß. Okay. So. Dann machen wir den Schmuck drauf. Wie geht's deinem Kreislauf gut? Super. War nur ein leichter Schock. Ja. Was fandst du schlimmer? Nase oder Bauchnabel? Na. Na. Und Bauch. Fertig. Habe ich dir gesagt. Fand ich nämlich auch. Und du hast das Kügelchen fest und du hast dein Bauchnabel-Piercing geschafft. Das hat doch super funktioniert. Steht dir richtig gut. Echt. Sieht süß aus. Ja. Sie wollte ja eigentlich erst nennen das für Piercing und dann hat sie sich umentschieden doch für das Bauchnabel-Piercing. Stimmt. Hast du mir doch gerade noch. Warte mal. Machst du halt auch für mich ja dazu. Steinchen ist drauf. Er hat dir gesagt, lass dir Bauchnabel-Piercing machen. Ha. Und da sitzt es. Voll schön. Bist du glücklich? Ja. Sehr gut. Das ist ja echt. Okay. 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 Okay.